ja und willkommen mein name ist dani und ich begrüße euch zurück zu sendes sohn zero wenn du deine pd in der gacha verlierst ja willkommen zurück ich bin hier in blaze wood und muss sagen müsste eigentlich musik sein wir haben heute wieder einen tag mit einem neuen charakter einer gacha und ja darum kommen wir uns gleich hier ist übrigens das event das irgendwie stattgefunden hat nach der story das ist irgendwie so weit hier ich musste hier so ein so ein restaurant managen und da muss ich hier so keine ahnung hier also ein paar kunden aufträge ausführen dann habe ich alles ausbringen gemacht wenn man hat ja alles gemacht hat dann kriegt man lucy einmal eine kopie die habe ich übrigens auch schon eingesammelt also ich habe jetzt eine so weit kopie von lucy die belohnung habe ich ja allein gesammelt ich kann ja mal kurz zeigen wir die abläufe dann kriegst du hier irgendwie so weit nicht so ein paar gäste und dann musst du hier weil ich der will irgendwie hier so weit ne boom boom bestellung abgeliefert da muss hat so machen dass jeder hier zufrieden ist jeder genau das richtige bekommt und so ohne alle sternchen und so und ja das machst du ein paar mal und dann hast du erledigt ne zusammen mit einigen in einigen höhlen quest da muss ich in die höhlen gehen musste für einige charakter so ein paar missionen machen und so ne da war ganz event hat ein bisschen ein paar tage gedauert aber das habe ich alles oft ging schon eine weile lang erledigt und die belohnung eingesackt und das ist ja jetzt erstmal egal ne also wir gehen jetzt erstmal hier die gatcha spielen weil es ist wieder neuer charakter in der gatsche man sieht viele ausrufezeichen das heißt zu vieler viel geupdatet ich muss doch mal eine sache hier nachgucken und zwar abend nächstes noch nicht hier schade ich glaube die hat irgendwie eine companion quest man kann schon sehen ja bernies im bühnentest da habe ich noch nicht aufgerufen weil jedes mal wenn man das zum ersten mal aufruft habe ich hier gerade gemacht naja ich habe einmal kurz hier ich habe einmal kurz hülle 0 gemacht übrigens und mir noch ein paar von den dingern jetzt kriegt man ja immer wieder ich war irgendwie 28 und so da habe ich noch einmal kurz die höhle gespielt und boom habe ich auf 30 hochgrund damit wir hier auch ein bisschen verballern können davon habe ich 13 dinge aber ich einmal kurz level 55 erreicht habe und von den dingen an ja von denen ich weiß nicht wie man die poligone nenne ich dem aber ich weiß die heißen nicht so ja von denen habe ich 32.000 das wird noch eine weile reichen was ist ja mir immer noch man ist ja mir immer noch eine saisonelle aufträge weiß irgendwie ich glaube jetzt irgendwie den noch noch mal ein neues event und so der mit dem hund hier kann man irgendwie so puzzles machen da habe ich schon abgeschlossen und so und ja hier ist glaube ich neu quest ich weiß dass man das sind also die aufträge sind jetzt hier nehme ich meine irgendwie nicole mit mir reden in der in der in dem nach wenn man da mein ding sehen ja hier habe ich dann 55 erreicht letztens habe ich noch mal drei kassetten bekommen für die standard gotcha auch nicht schlecht aber jetzt dauert da habe ich ein bisschen länger mit dem hochleveln der ich glaube ich wollte 55.000 erfahrung der oben links sieht man hat aber jetzt war ich 150.000 jetzt gehen wir so ein bisschen die genshinroute der wohl das ist sehr viel länger dauert was kein problem ist aber mal machen noch irgendwas eigentlich nicht noch irgendwie was gemacht ich habe meine charaktere ich will jetzt nicht den agentenbildschirm aufrufen weil dann sehen war bernie ist und ich will mir halt aufsparen da können wir hierbei unter events gucken dann habe ich noch nicht aufgerufen da kommt irgendwie fast jeden monat irgendwie so wenn man jetzt hier zum ersten mal hingeht da kommt da so eine animation deswegen bin ich da extra noch nicht hingegangen die kommen wir uns jetzt mal zusammen an bernie ist sie ist sie animale oder angriff das verzeichnet sie sie ist anomalie support sie support genau support ist die anomalie oder angriff hat sieht nämlich nicht aus wie angriff ich glaube das ist anomalie wäre eigentlich auch nicht schlecht aber das hat hier keine ahnung aber ist wieder neues gehen wir da schon wieder ein was das hier okay ich wollte schon sagen ist das schon wieder ein ding weil da gibt man natürlich material für sie war mir schon klar ist immer irgendwie so hier ganze puzzle spielen das sind diese schiebe puzzle ein glücksfall neue agenten geschichte okay das bernie ist agenten geschichte die tun wir erstmal aufsparen wo das nicht bei dati ist phantom jagd ich glaube wenn keine ahnung gibt es eine menge zu tun aber nichts was jetzt hier aufnahme würdig ist ich habe übrigens die freundschaft von ein charakteren hochgelevelt bis auf die von bernie ist weil ich sie hat noch nicht deswegen wurde sie noch nicht angezeigt weil ich sie noch nicht habe aber ich glaube da ist genau wie bei shinji also ich muss nicht irgendwie ihr dings erspielen um ihre freundschaft hier freizustellen ja die drei habe ich schon eine weile lang freigeschaltet habe ich noch vergessen irgendwann mal hier aufzunehmen ja deren cutscenes und so weiter aber das kommt auch schon irgendwann der ist moment keine hektik hier in sende sonn 0 deswegen ja und ich glaube ich wäre es mal hier im hunk als tabel und genshin wo jetzt ein bisschen mehr hektik ist aber hier ist noch als schillig deswegen ja da kommt schon irgendwann noch und wenn bernie ist irgendwann mir gehört welche sie welche was auf jeden fall passieren wird ich habe genug dinge dann werde ich sie ihre freundschaft auch noch hochleveln wenn ich das schon kann dann tun wir die alle zusammen machen alle söhne von karlidon jetzt hier wird die drei aufnehmen und dann habe ich hier irgendwie bernies sachen und ich weiß nicht wenn ich die auch laden soll keine ahnung mal schauen wie ich da mache so ach ja und rechts hat man vielleicht schon gesehen ich habe ein neues cover für meine user id da unten meine user id zu blockieren ich mach mal ja ich habe eine größere version davon warum ich hab das gemacht also in dieser emotes die man irgendwie ich glaube durch messages bei anderen spielen irgendwie schicken kann oder so das dicker oder so sind das glaube ich ja die fand ich putzig und ich wollte es nicht die ganze zeit hunk als dabei da unten rechts haben deswegen habe ich jetzt mal besendet und sie auch jetzt auch ein spezifisches ding gemacht damit wir jetzt hier nicht der tank als dabei charaktere haben so gut wir gucken mal hier in die gacha was ich alles getan hat ja diese animation kommt auch immer nur einmal da zeitlich begrenzt so man sieht lucy und nicole sind auch in der gacha los sie hätte ich sehr gerne noch ein paar mal nicole habe ich schon maximiert von daher wäre ein bisschen doof wenn ich sie jetzt die ganze zeit bekomme aber gucken so und von den anderen sachen habe ich auch eine menge sachen gerne ich weiß gar nicht ob ich diesen bahn wo haben will ich will eigentlich von jeder fraktion im bahn wo haben wir brauche ich dann auch 56 da sind auch gute chancen vielleicht vielleicht haben wir hier glück keine ahnung und ja ich habe mir mal wieder einen gacha snack geholt diesmal habe ich daran gedacht weil heute ist ein bisschen mehr gacha deswegen habe ich mir gedacht so du musst irgendwas holen leider bernice in der gacha jetzt habe ich mir gedacht schon mal was scharf ist ne weil sie ist auch feuer sie ist ja ich weiß feuer hat nichts mit schärfe zu tun an sich aber ich habe mir so gedacht so sie ist ja irgendwie somit verbrennen und feuer und so ne und weil sie scharf ist und deswegen habe ich mir eine packung eine dose dose keine ahnung eine tennisdose pringles gold marke hot und spicy ich habe auch erst vor so wasabi nüsse irgendwie gestanden sind so erdnüsse in wasabi teigmantel aber da habe ich mir gedacht ich habe die schon mal gehabt ehrlich gesagt und ich fand die ehrlich gesagt nicht so scharf aber meine zunge hat danach immer ich weiß noch meine zunge hat danach war voll taub danach für den ganzen tag und das war nicht ein bisschen nervig aber so scharf fand ich die eigentlich nicht nur ihm hat hat das hat nur ein effekt an meinen körper gehabt aber sonst nicht da wollte ich es nicht machen also warum war scharf weil ich hatte ich schon mal ich weiß wie die schmecken so dann durch jedes mal ein essen bevor wir wollen direkt auf die zunge legen nämlich noch direkt die schärfe und merken wo ja allein okay dann jetzt mal bevor ich ein pull mache mach mal den ich habe mir gedacht ich jetzt hier ist mein aufzug hier benutzen bevor ich pulle als glück ich komme in meinen eigenen in meinen eigenen gacha dinger dafür die bank muss ich jetzt aber nicht erst mal ein nehmen weil für die für die ist jetzt nicht so wichtig ich würde sagen wir holen uns erst mal die alle von ballern die erst mal kommen was wir hier bekommen obwohl hat jetzt nicht so wichtig ist nur ein rang da ist eigentlich nur um weil nicht geld zu bekommen jetzt wenn ich die dinger zerlege den hat deutsch noch nicht oft wenn ich die dinger nämlich jetzt zerlegen kriege ich denn nichts dafür was cool ist da ich will jetzt nicht für extra oder soll ich für jeden her doch kaum noch muss im grunde haben die zu essen auch so was euch während der aufzug fahrt ja nein ich kann hat mir nicht aufrufen ja hätte ich während der aufzug fahrt irgendwie jedes mal gemacht da mein chip habe ich gegessen reiner denn 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 das ist auch manchmal erschrecke ich mich jedes mal wenn bei jedes mal ich habe mein controller in der nähe des mikrofons jetzt hier ist mal dann hört ihr mal was dafür er hat ja mal was für geräusche daraus kommen werden werden der puls ich meine ich im gegenstand bekomme kommen da auch geräusche raus aber jetzt mal wenn irgendwie dieses zeichen kommt so in sinne von fünf sterne dann dreht der controller voll ab da erschreckt mich dann immer so schipp war nun halber egal so wenn wir glück haben kriegen wir vielleicht nur ein mal schauen ich bin extra in höherein höhle 1 reingegangen um die dinger zu fahren noch mal aber ist egal das ist jetzt nicht dass er ist ja nicht das wichtigste niger interessiert mich nicht sowieso alle arten der interessiert mich eigentlich schon mal lässt da kann glaube ich heilen er wäre nicht schlecht damit dominatrix ja alles klar so dann haben wir das irgendwie schnell ging es ja da geht es ja okay doch aufzug überhaupt nicht schafft die sind gar nicht schafft wie gut seid ihr mit scharfen sachen ich habe eine relativ hohe schärfe resistenz habe ich so gefühlt wir haben schon auf den situationen irgendwie befunden gefunden wo ich irgendwie war eigentlich ich habe irgendwas scharfs gegessen mit anderen leuten und die anderen leute sind dann immer so oh mein gott ist das so scharf ja nicht ich habe meine reaktion ist einfach immer nur wenn ich einfach weiter total ich finde die dinge überhaupt nicht scharf vielleicht muss ich mehrere von den essen auf einmal ja okay nico marta nico marta nico marta kommt muss man irgendwann zeit sein ja da zwei jahren sachen ok ich benutze ich nicht mehr wenn tut mir leid das erste haben wir dich auch nicht da zwei charaktere beschwere mich nicht dann sind zwei charaktere die ich gerade bekommen mal bei zwei so ein ton von meinem herrseher an habe ich tatsächlich wenn ich aber ich finde ich auch sehen über bei dings hier gehen heute mal in ihr gegen kraft wenn man anwenden das bezahlen wollen den angst erricht passiert im füllen um ja noch hat man so an wie hatte ich die schon ein paar mal drei aber ihre sachen ok namenskärtchen alles klar sind wir da vielleicht kriegen wir hier noch weil ich eine neue waffe oder so ne von piper die wir letztens nicht bekommen haben je nachdem wie die gacha abläuft wenn ich auch versuchen wir die waffen gacha zu spielen für lucis waffe wenn wir noch genug übrig haben am ende aber schauen ich habe übrigens gehört der grund warum das hier noch nicht funktioniert ist weil weil angeblich nur caesar weiß bell und bernice die einzigen spielbaren charaktere sind und bernice war schon irgendwie spielbar bevor irgendwie bevor sie überhaupt rausgekommen ist anscheinend das muss erst noch so sein die du werden noch andere charaktere irgendwann hinzufügen so wie ich da verstanden habe aber das soll schon so sein irgendwie weil die haben im moment noch nicht alle charaktere programmiert nämlich mal in keine ahnung also die anderen charaktere kommen schon irgendwann noch ist schon in jetzt schon so gewollt also meine frage zu beantworten da war ich nicht die die beiden charaktere spielen also csa schipp ist drin so dann kommen wir mal ich habe genug dinger ich kann mir glaube ich leisten 18 mal zu pullen aber ich bin mir nicht sicher von daher gucken wir mal aber ich bin gut guten geistes wenn ich schon verliert bitte an nikomata das wäre ziemlich cool und guck mal mal eine so endlich mal wieder gatschen ok letzten bau schon ganz schon bei csa ne so reiner bönnies und ein paar mal los wie wenn es geht einer rang oder los ist waffe oder pipas waffe ok kochen nämlich auch liebe gerne ehrlich gesagt sogar so ein ganz kleines bisschen mehr als los sie wenn ich ganz ehrlich bin bin noch nicht mal bin noch nicht mal enttäuscht aber wir haben sie auch schon passt wenn alle sachen hochgelebt ne geil spezial liebensmädchen wird war der letzte nummer trifft man geht damit einen spieler und liegen statt und auflagen verhoffnung ist mir jetzt nicht durch ich habe ja nicht angefangen noch mal hochgelebt ne ja aber sehr geil wenn ich noch nicht mal enttäuscht drüber ganz ehrlich da rein da nächster chip überhaupt nicht schafft gar nicht mal ein bisschen nur der effekt haben wir auf mich könnt ihr mal sagen ob ihr schon mal mit zwei chips habt und bringen ob ihr die schaffe denn ich finde die null scharf ich könnte eine ganze hand davon futtern ja wenn es ganz viel entfernt waren müssen eigentlich noch voll entfernt sein netz zweimal jetzt so sie oder eine waffe die ich noch nicht habe für ein kaka den ich benutze ich habe noch gar nicht gezeigt was sie ja für den effekt bekommen hat ne ich habe sie haben einmal als belohnung bekommen durch das event das aber ich kann sie tun jetzt habe ich maximiert sehr geil cool kein könnte vielleicht sogar mein lieblings charakter bisher sei jetzt so wo ich danach denke ok ok sie und korn nämlich liebend gerne das haben wir die maximiert ok es wird explodiert verroffen kreis kennen sie über das ausweiter von eines bitter oder ein kurs explodiert und ein gegner trifft alle aufladungen und wird dabei für jede stapelung vier aber bei 40 stapelung da sind doch 120 120 angestellte kann ich sein ok warum ist so nackt namenskörtchen cool so cool genau den ersten den habe ich auch mal freigeschaltet die zwei punkte wieder wenn eine wächterschweinchen wächterschweinchen wirbeln ausführt das glaube ich wenn sie ja normal angefangen setzt weil ich nie mache bleibt einfach bin figuren bambus und wächterschweinchen zehn sekunden lang zustand gibt gas wenn lucia einen kettenangriff oder eine ultimate das ist auch ziemlichkeit sehr cool captain schweinchen ok bis jetzt voller erfolg würde ich sagen noch weil wir haben wir nicht noch nicht bekommen aber dafür kriege ich andere coole sachen mit dem wasser haben müssen mitnehmen sollten da wie gesagt die finde ich auch nicht so scharf also als 62 ich habe noch genug dinger ich hatte dich liebend gern bernies brenne darauf war diesmal noch einer wenn ich meine katja verliert bitte an die comata wenn es geht ich verlange nicht viel nur sehr spezifische sachen aber jetzt schon wieder kommen da wird ja noch keiner hat jetzt mal nicole bekommen gott sei dank da jetzt wenn alle sachen hochgelebt geil sehr cool eisen faust aufpassen rennen da cool der aufzug bringt es echt ja jetzt noch mal der katja verlieren der comata dann ist das ein zeichen da muss ich dann jedes mal genauso machen 52 immer noch genug in den nächsten gatschen drei jahren jetzt kommt dreimal nicole verlaufen und es ausschaut ist in den nächsten gar nicht so viel cooles dabei deswegen kann ich mir eigentlich leisten wir ein bisschen auszugeben an gatscher währung habe ich schon maximiert nicole wenn sie jetzt drei mal hintereinander gekommen werden ja jetzt kommt zu dreimal hintereinander wo das zucker kurs aber den habe ich schon leider da war ein bisschen weniger erfolgreich jetzt habe ich sozusagen meine meine sachen ja zurückbekommen in form von in form von den dingern ja da kriegt 20 von denen immer zurück was für eine kassette für eine verschüsselte kassette hier eintausch bei ist ja ich kommt 20 eintauschen wann wir und dann sind daher die habe ich gerade bekommen das sogar kurs haben wir bekommen so karko will ich auch mal wieder benutzen aber ich brauche mal für sie hier die neuen jane teammitglieder warum nicht nehme ich auf jeden fall irgendwann mit so karko wird irgendwann ihr rücker bekommen wie heißt die mia wie diese dieses katzen mädchen den katana für sie werde ich vielleicht wollen wenn sie irgendwann mal kommt die anderen beiden erst mal kommt dieses pinkhaarige mädchen da kommt leiter hier von den söhnen von karlidon die beiden interessieren mich ehrlich gesagt nicht deswegen muss ich ein bisschen warten erst mal ne das heißt wenn ich das jetzt ehrlich gesagt der einzige charakter der mich jetzt noch interessiert so in naher ferne und danach muss ich wieder 40 tage warten während des essens reingehen los naja okay dachte vielleicht kann man jetzt irgendwie was sehen ich kriege aber eine menge aran jetzt ok jetzt kommt sie die ganze jetzt kommt sie die ganze zeit jetzt kommt sie die ganze zeit ok jetzt werden jetzt wir hatten ein paar läufe jetzt aber jetzt wird es jetzt ist das spiel ein bewusst so herr mal so viel glück kannst du nicht haben der chip traum ja ja na los geht's glaube wir können sie jetzt bekommen ne 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 freier baseball galactic baseball das gibt es mit allen sachen hochlevel ihren hut weg den hell meinig prinzessin der heide sehr cool aber lässt mich das spiel jetzt hier wieder hängen mit der firma kopie so ipad arbeits jetzt ist die wahrscheinlichkeit glaube ich besser wenn man schauen ich glaube jetzt ja ich habe so dinge gesehen so ich habe so dinge gesehen so wie so glühwärmchen deswegen habe ich gedacht vielleicht sagt so ist jetzt oder nicht mal schauen mal schauen da wäre es nicht bei nächstes bitte nekomata bernie so weit ist aber jetzt noch einmal lustig kommt dann wird natürlich absolut herr war an oder waffe die ich nicht habe nein ich wollte es nicht sehen du passt noch nicht mal da rein sehr cool treasure treasure ok dann haben wir immer noch irgendwie viel zu viel den dinger habe ich überhaupt ich weiß nicht das ist nämlich krass dann sagen wir schauen was man berniezer kann ich ihre animationen so wechselt man so wechselt man von da nach da ok sie ist einmal die kuh kann man ja gleich beim training machen ich will wirklich doch dingens waffe bekommen ja lustig waffe das fest steht vor der tür warum habe ich das bekommen hat 15 agenten or nice so war einmal die waffen gacha spielen einmal für eine waffe gebe ich überhaupt da glaube ich nicht so viele anomalie lassen einmal die waffen dir was er nicht genau was sie braucht ne heute warte ich kann ihre freundschaft griden da kann ich all die charaktere ich habe ihre sache werde ich auch irgendwann da dran packen mal gucken ich werde die ganzen freundschaftsgespräche irgendwann mal separat aufnehmen haben wir nur eine halbe stunde gesessen so cool hey warte ja sehr geil jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie spielen jetzt keine handy auspackfunktion schade ich habe gar nicht gesehen haben die überhaupt eine animations habe ich noch nie darauf geachtet aber auch ein kurzes seiten ich bin einmal die waffen gacha kommen wird wir nicht im schlepptau jetzt ne ich will lustig war verraubar bekommen ja sowieso wir sparen ja wenn wir bei nächstes waffen bekommen wir natürlich auch cool aber naja ich werde mir jetzt nicht so viel hoffnung machen das ist noch sehr weit entfernt so wir spielen einmal bitte geht mir los waffen bitte ich hätte wirklich gerne los ist waffe ok 2a davon muss ja wohl eine lose seien kommen das gleich wäre aber v außerdem gesagt ja 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 es ist nicole ja 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 ab zum hochleveln er ich gesagt das ist lustig waffen schon sehr lange zeit keine waffen mehr hier hochgelevelt gehabt warte mal ich hoffe jetzt wird nicht direkt hier an der theke ist direkt irgendwann nur zu mir keine katzen ja auslösen bitte ich würde einfach nur ein ok gott sei lang weil da schon wieder ein event wir haben ja jetzt den trainings modus hier irgendwo gab es den trainings modus ich mach freies training machen dann erstmal los dann will ich mal vergleichen weil man sieht hat ja irgendwie an deren haare dann kann man auch irgendwie ändern gegen die aktiven deaktivieren um die ganze zeit um die ganze energie ok da sieht man nix jetzt gucken wir mal wie hat aussieht wenn sie ihre sie ihre waffe ausrüstet macht er überhaupt gehen wir durch einen verbindenden einheiten beim treffen gegner durch eine verbündete einheit den angst kraft aller verbindete einheit um was da jeder stadt in den einzelnen berechte jeder verbindete einheit gewährt maximal ein stapel und bot ja nicht das ist ehrlich gesagt ziemlich gut bei lucy wenn man normalerweise einmal nur kurz reinpacken den angriff einsetzen damit herauspacken singen kuma mal die aktivieren jetzt kommen auf ihre haare soja die sind am leuchten ok nur ein gacha pulver hat gott sei dank damit kann ich leben ja wenn ich jetzt mal machen wir mehr von jemanden fehlt dann check mal bernice aus ich meine bernice haben wir ja schon mal gespielt in der story aber wir gucken uns natürlich mal an was genau ihr da ist auch glaube ich das team im endeffekt haben will es war ein bisschen schade um caesar zwei anomalie charaktere zwar ein bisschen schade und caesar aber ich hätte dann lieber doch die drei wo es ehrlich gesagt auch ziemlich cool ihre abwehr ist richtig gut aber ich weiß nicht hat mir richtig spaß gemacht zu spielen intensiv nicht erneut glück und verständlich besagen in sie wärme für doppelschüsse wenn du während des ein einsatz genug energie aus halte später erneut gedrückt und gedrückt später was aber ich habe danach aber einsätze alles klar so niedervoll cocktail bar sang glückten die hitze zu verbrauchen und war sagen noch vermischte flammen x21 jahre genau dass die arbeit und ane das märkte drückt halte macht sie das hier dann kann ich mich bewegen wenn ich dann nochmal drücke er macht die dn ja dann kann ich quasi sagen gedruckt halten ich habe jetzt mal ein feier angreifen war ich soll zu einem anderen agenten nach den neuen verstärkten basis angegriffen das um nachtbrand auslösen ach holen ich finde die also an und dann kann ich mit den anderen charakter drauf vor allem kuhl ja komm mal ja 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 ich bin das ja ich bin ja 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 das naja nein daneben also ja da kommt jetzt immer damit abschließen ich habe diesen schweine kopf hinten bei ihr gesehen in diesen dingen hatte in flammen tank dahinter er okay cool ja war ein voller erfolg würde ich sagen ich habe immer noch mehr als genug dinge ich habe sie glaube ich ein erziehung früher bekommen ich habe immer noch 20.000 hat als kann immer noch neun puls irgendwann machen aber im moment ist wieder pause ich habe jetzt auch alle waffen dieses mal muss ich nur für pipe irgendwann holen so es ist immer noch da ja hier sind wir hier müssen wir immer noch mal auf nikomata darum müsste aber ja ich bin zufrieden weil ich das cool ich werde sie hochleveln offensichtlich aber auch meine ganzen erfahrungspunkte angesammelt für sie habe ich schon genug um sie irgendwie ja ich habe auch zu leveln ja ein bisschen wo man kriegt noch eine kassette zurück packen wir die hier ein boom jetzt habe ich nicht genug aber wir sind ja wieder ein paar events am laufen da kann wieder ein bisschen hochleveln da kann ich hochleveln die sagen kann ich hochleveln ich habe extra schon feuerdinger die ganze zeit angesammelt und noch nicht ausgegeben deswegen ja die waffen für lucy haben wir auch auch cool wir müssen dann auch hochleveln ziemlich geil hier müssen wir auch noch hochleveln sich gerade schlecht muss ja mal ein paar mal bekommen als sie ist jetzt ein bisschen stärker ausgezeichnet aber ich bin zufrieden hat sich gelohnt das ist ja nur 39 minuten ich weiß nicht was hier noch dran hänge vielleicht werde ich hier bernice dingens auch noch dran hängen ihre weise nicht ihre freundschafts events keine ahnung mal schauen ansonsten wird nur um 40-minütiger part ich werde die ganzen sachen die ganzen gespräche irgendwie auf screen hier aufnehmen ich habe schon alle maximiert ich muss sie nur aufnehmen hier die ganzen gespräche also ich habe schon alle katzdienst hier freigeschaltet wie gesagt aber muss nur aufgenommen werden wie ich da mache keine ahnung vielleicht kommt hier noch was danach vielleicht nicht ich werde mal schauen wie ich das regeln aber irgendwann wird schon geregelt werden und dann sehen wir uns wenn es entweder in den nächsten part weitergeht oder wenn ich hier was noch dran hänge also ja wir sehen uns dann dankeschön fürs zuschauen oder bleibt weiter dran so oder so tschau und bis gleich oder bis später bis irgendwann tschau so da bin ich wieder gerade frisch bernice gepolt also frisch in den letzten clip haben wir bernice gepolt und jetzt haben wir so ungefähr eine woche später ich würde ich möchte mal gucken so wie weit haben wir noch neue sachen zwölf tage so ja eine woche später ich glaube beim letzten part statt 19 tage ich habe schon hier auf screen eine menge wieder gefahmt und trainiert bernice ist schon relativ hoch gelevelt wenn man hier alles auf sie fokussiert ist nicht schlecht ne auslösung habe ich auch ein bisschen die waffe habe ich ein bisschen und ein bisschen zeugs hier moment ist gerade so eine moment ist gerade hier so ein event wo man irgendwie bessere doppelte art fakte bekommt oder ich weiß es nicht hat diese dinge die man ausrüsten kann ja deswegen habe ich natürlich ein bisschen gemacht für sie und ja dann habe ich herausgefunden sie braucht gar nicht das letzte wochen anderes da habe ich mich geärgert aber egal ich habe ihre freundschaft schon hochgemaximiert naja wird ja mal hier die nachrichten hier so mal abgehen dann kann man hier sehen sich ja mal wie kann man kann ja mal anhalten und nachgehen nachgucken da geht gar nicht weiter nur wer kann man sich noch mal anschauen sehe ich gerade naja ich habe bernice hier voll hochgelevelt freundschaft mäßig ich würde sagen weil wir sie gerade gepult haben kommt sie erst mal als erstes dran auch wenn sie der neueste charakter ist und ja dann gucken wir uns mal ihre cutscenes an da übrigens gemerkt 16 märz sie hat einen tag nach mir geburtstag ausgezeichnet so bernice white gucken wir mal hier die ganzen sachen an der ursala hatte ich habe ich gerade angewählt den ersten mutloser strudel ich habe mir noch nicht angeguckt übrigens das nebenbei genau sie waren die voll überhaupt nicht energie geladen wieso eine art immer neid für für es ist ein crash bandicott spiel nitro fuel beziehungsbund ist dazu energie zu sich in den leider kommt sie wieder zu vernunft und nun crash bandicott crash night for fuel crash team racing night for fuel an er sich hat remake von crash team racing genau bevor du noch lebt ja ich weiß ich weiß ich weiß also schon deine nummer oder alles wird papier wir sind plötzlich hier genau das war die quest wo ich hier einen film geben musste so wie bei jedem anderen charakter aber das der videothek sieht man ist ihr seht bei nichts und durch gemeinsam blacktales an genießt lacht und weil und hier ist es recht schwierig zu verstehen und es ist recht schwierig zu verstehen wie sich führt also nicht mehr wieso genau sie so reagiert wo ich sie alle verbrennen was willst du antun wenn ich scheint komplex in den kompletten film vertieft zu sein erscheinen wir wirklich zu gefallen was ja so willkommen ok wir sind ganz schön schnell die katzen ich habe eigentlich geplant dann noch mal ein extra part für caesar luci und piper zu machen aber man hat hier alles so kurz ist dann wenn die vielleicht noch alle hier eingepackten so ein sommernachtstraum machen wie lange die noch sind da haben sich zwei gestritten glaube ich kann man auf eine beziehung aus dem internet wirklich vertrauen die leute da draußen tun kein gras anfassen ja genau sie stand daneben hat gesagt da schauen wir uns an hier dann hier 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 aber vorher luthus knuddler Ich bin jemanden der Autoschneider. Ich kann mich nicht sagen. Wollen Sie sich... Möchtest du mich? Achtung... ... die Kulakai-Kamain? Ja, das ist so cool. Das ist nicht so, dass ich mich nicht sagen kann. Ich bin jemanden von der Autoschneider. Wollen Sie sind eine Frau? Ich habe mich auf den Kulakain-Kamain-Kamain-Kamain-Kamain. Ich bin keine Ahnung, aber ich habe keinen, der ich in den Augen geflote. Es hat sich ein空chen auf dem Garten zu gehen. Und wenn ich es mir einfach verletzte, war ich mich sofort ein Frau, oder? Dass ich mich nicht so schraubt, dass ich mich nicht so schlaue, als ich mich so schlaue, hast du gesagt, dass ich mich nicht so schlaue. Ich dachte mir, ich hatte das, dass ich mich so schlaue. Und ich habe mir auch schon geholfen, so haben wir uns so zusammengebracht. vielleicht sagt einfach nur diese art von person nur die gleiche ja ich frau rennt weint davon der mann im anzug versucht sie einzuhören doch hält inne als ob sie ja als ob er wenigstens was fragen wollte ja Ich glaube, ich glaube, dass ich mich nicht mehr so interessieren kann. der beiden mann zu können weg das ist der anfang einer neuen geschichte was es gerade passiert nein aber sehen wir haben gesagt so ist so beliebt die okay das ging relativ schnell ja ich glaube wir waren bei 40 minuten dass wir müssen jetzt bei 52 sein sagen wir natürlich noch hier erdings an die steuerung in diesem bildschirm dann tun wir noch ihr war paper ja freischalten dann sagt man ja richtig cool kann man sie mal von der seite sehen weil ich habe gesehen ja ding sie ja da steht feier genau hier haben das ist mir nie aufgefallen da war irgendwie irgendwas zufällig ist aber es steht feier seitwärts sieht man nicht okay cool ich bin gut dieser wallpaper so freizuschein ich kann aber von außen zeigen ja ja der feier wenn die auffallen okay cool so wir haben jetzt letztlich mehr so viel zeit ich habe vielleicht dafür dass jetzt noch kürzer geht dann können wir ja noch hier dings machen für die anderen karakter erweitert muss wohl noch ein ganzer part sein ich hoffe die dauer nicht alle jeweils zehn minuten dann sonst würde sich ein paar nicht mehr lohnen extra dann würde ich aber dann würde ich wahrscheinlich hier dieses eine akad spiel mit euch spielen dieses bizarre verbündete bizarre begleiter relativ spaß natürlich hin und wieder mal ein bisschen spielen bei mir hat bock macht ja ich würde mal sagen wir gehen da waren einmal kurz hier in weil ich habe wieder 20 dinge für meine bangboos und ich glaube wir sind sogar kurz davor einen neuen fünf sterne bangbo zu bekommen kein gacha snack aber für die dinge brauche ich das nicht ne da hier war ich noch zwei schade und hier ich habe mal übrigens hier auf den physischen ja geändert ne ich habe glaube ich vorher auf ihnen aber ich habe ja nur ein shinji ich benutze das heißt der bringt mir nichts als charaktere habe ich auch nicht genug was bist du ich glaube du bist ethanne nein wie tue ich da bist für etha ich habe noch einen etha charakter nicole wäre auch noch gut aber ich habe viele physische charaktere deswegen manchmal versucht ihn ja zu rollen dann machen wir dann machen wir dann noch 26 suchen müsste eigentlich relativ wahrscheinlich sein ich habe mal meinen controller direkt am mikrofon aber klar und deutlich höher an ich wünsche hier könnte man auch charaktere bekommen in der ganz niedrigen wahrscheinlichkeit erwachsen oder irgendwie soll ich habe schon unendlich ich glaube ich nicht okay so nochmal 16 suchen wenn wir glück haben kriegen wir den jetzt könnte mit den laut sein ja also cool da kann man ja nicht seine pd verlieren oder ja der schon wieder leider bang wolver papier wo ein decker wo ok gut so hat heißt nächstes mal ich habe nichts machen wir uns den elektro dann ich habe vielleicht noch sparen was wir an neubann muss rauskommen irgendwie komme ich mehr von den dingern als irgendwie brauche deswegen können wir immer wieder weiter wenn irgendwann neue kommen dann können wir ja hier aufsparen aber im moment gebe ich dir einfach mal sofort aus irgendwie sieht sie von der perspektive komisch aus so von den haaren so von oben irgendwie sehen ihre haar so kurz aus von der perspektive da würde ich mir noch ein das war noch zum mod shop gehen mal gucken wieso hier also mein ding es ist mein ich habe ich maximiert ist er der heilen kann wenn sie auch die werte wenn ich die so hoch blöde ist die immer hoch zu lernen kostet aubert hier wie zu promoten ja hier so was hier und ich brauche mein geld für wollte ich alles andere teils immer ich brauche mal voll eben für sich ein von dem irgendwie hochlevel genau in der zwei bekommen da mache ich ja feierabend und beim nächsten mal wenn man dann caesars lucis und pipers story cutscenes hier machen nämlich die freundschafts cutscenes machen und dann als erst mal pause wieder eine für eine weile bis sich irgendwie was tut man im moment ist jetzt hier hat nichts am laufende obwohl gerade ist gerade von ein paar tagen ist ob ich bernieses ding jetzt hier freigeschaltet worden dann ist noch genau die machen da waren irgendwie so eine mission irgendwie habe ich auch noch gar nicht gemacht da stecke ich euch in den hintern okay dann sehen wir uns in der nächsten folge wenn wir die freundschaftsszenen der anderen charakter machen und dann wenn er zu kurz ist dann weil sie nicht werde ich noch irgendwas anderes da reinhauen aber im moment war es das ne gut dann sage ich dann schon wieder schauen hoffentlich habe ich diese part gefallen wenn ihr alter dass einer gerne aber ein kommentar das wird mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge schau